Heute haben wir natürlich wieder News und wenn ihr nicht die letzte Nacht so groß durchgezecht habt und keine Kopfschmerzen habt, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch an. Wir haben unter anderem die News von Big Tritech zum Pad 7, wir haben News heute zu Creality, dem K1 Drucker und dem K1 Max, wir haben News zu einem neuen Drucker von King Rune und wir haben zu guter Letzt noch News von Elego. Fangen wir also kurz und knapp mit dem Big Tritech Pad 7 an. Hier gab es in der Vergangenheit das Ganze zu erwerben, zumindest auf der Big Tritech Seite für 136 Euro. Dieses Pad ist aktuell für 117 Euro zu haben, das heißt, ihr könnt hier also ein richtiges Schnäppchen schon machen in so kurzer Zeit. Aber, und das sage ich euch auch dazu, es gab noch eine Nachricht eines Users, der sich bei mir in den Kommentaren gemeldet hat. Er hat jedenfalls berichtet, dass er Probleme hat, sein Pad 7 zu bekommen, da wohl anscheinend Big Tritech das zurzeit nicht liefert. Das ist natürlich sehr ärgerlich und ich hoffe, dass dort natürlich schnell mal was kommt. Ich habe diesbezüglich auch Big Tritech schon um Stellungnahme gebeten. Der Creality K1. Die ersten Testmuster scheinen anzukommen. Die ersten Leute scheinen schon diese Geräte in der Hand zu haben. Wir haben jetzt zwei Videos aktuell. Das eine ist sehr positiv, das andere ist also übertrieben positiv, das andere ist übertrieben negativ aufgezogen. Ich verlinke euch die beiden Videos auch da unten in der Videobeschreibung, dass ihr sie im Nachgang selber mal anschauen könnt. Ein paar Sachen beim Schauen der Videos haben auch selbst mir hier Kopfschmerzen gemacht, aber da könnt ihr euch jetzt mal ein Bild davon machen. Also positiv zu erwähnen ist auf alle Fälle, wir haben ein Canbus Toolhead. Das ist eine super tolle Sache. Das heißt also bei Creality hat man hier schon von vornherein daran gedacht, dass man die Kabel reduziert. Was aber leider auch ein bisschen negativ aufschlägt, ist, dass dort drauf wohl Clipper sein sollen. Das bedeutet im Klartext, dass dort Clipper drauf läuft und einem das niemand sagt. 100% bestätigt ist das noch nicht, aber sollte dem so sein, dann wäre es schon schön, wenn Creality das auch hier preisgibt. Negativ zu erwähnen ist noch ein Konstruktionsfehler, der zumindest mir aufgefallen ist. Schaut mal hier genau hin, wie die Riemen aussehen, vor allem in diesem Bereich. Das sieht für mich irgendwie nicht ganz korrekt aus. Irgendwas stimmt hier nicht. Entweder sind die Riemen verzogen. Man sieht auch schon in diesem Videomaterial im Übrigen, dass der Riemen hier Abrieb hat. Das bedeutet, bei vielen Drucken und jetzt schon so ein Abrieb und bei Geschwindigkeiten von 600 mm pro Sekunde, da weiß ich nicht, wie lange der Riemen halten wird. Aber es ist natürlich dann ein sehr großer Verschleiß, den man hier in Kauf nimmt, was man bei 600 mm pro Sekunde höchstwahrscheinlich eh tun muss. Da muss vielleicht der ein oder andere Benutzer nochmal vorher ein Auge drauf werfen. Ebenfalls hat Creality hier im Gegenzug zu Bamboo nicht auf Carbon gesetzt in den X-Achsen, sondern tatsächlich auf normale lineare Führungen. Das bedeutet einfaches Stangen. Das ist natürlich auch noch so ein Knackpunkt, was in dem Video zu sehen war, dass diese einfach abgewischt und sauber gemacht wurden, ohne sie nochmal in irgendeiner Form zu schmieren. Es ist etwas unvorstellbar, dass die tatsächlich auch ohne Schmierung funktionieren, denn gerade Metall auf Metall mit einem Kugellager. Seid da vorsichtig, falls ihr so ein Gerät kauft. Was auch in dem einen sehr positiven Video zu sehen war, war, dass die Schleppkette permanent oben an der linken, also der hinteren Seite anschlägt, wenn der Druckkopf nach hinten fährt. Auch wenn das natürlich ein Aluminiumgehäuse ist, kann das natürlich auch sehr schnell zu großen Verschleißerscheinungen führen, sowohl an der Kabelkette als natürlich auch am Gehäuse. Also hinten, laut dem, was diese Aussagen dort waren, einen Moonstepper-Motor bedeutet also relativ gut. Reality hat hier einiges richtig gemacht. Bei dem Video muss man aber, bei dem sehr positiven, das Ganze ein wenig mit, ja, mit ein bisschen Nachdenken dabei in Betracht ziehen. Ich rate euch das zumindest, denn in diesem Video wird zum Beispiel unter anderem behauptet, dass Creality noch nie was Neues ausprobiert hätte und immer auf seine Ender-3-Derivate gesetzt hat, was nicht ganz der Fall ist. Ihr erinnert euch, ich habe zum Beispiel auch einen CR200B und es gibt auch noch weitaus andere Druckertypen von Creality, wo Creality schon immer mal experimentiert hat. Mal mehr gut, mal minder gut oder mal ganz schlecht. Ihr wisst doch, was ich hinaus will. Also, alles so ein bisschen distanziert sehen. Wir warten hier auf weitere Reviews. Das negative Video ist so negativ geworden, dass es schwer ist, dem 100% Glauben zu schenken. Also, gebt ein bisschen Acht, was ihr da hört. Nicht alles, was dort gesagt wird, für wahre Münze nehmen. Die Firma Kingroon ist vielleicht dem ein oder anderen bekannt. Die Firma Kingroon kommt auch mit einem neuen Drucker auf den Markt, auch einem komplett geschlossenen, mit Basis Clipper. Das ist jetzt der nächste Schrei wieder anscheinend. Hier kommt der nächste Hersteller um die Ecke mit einem Clipper-fähigen Gerät und diesmal natürlich mit Druckgeschwindigkeiten bis 350 mm pro Sekunde. Die Druckbereiche bei diesem Drucker bewegen sich bei 210 x 210 x 210 mm. Die Maschine selbst ist sehr groß für dieses Verhältnis. Immerhin hat sie schon 40 x 42 x 42 cm. Das ist schon eine große Hausnummer und wiegt etwa 14 Kilo. Wir haben ein Auto-Bed-Leveling-System und natürlich, damit wir diese Druckgeschwindigkeiten erreichen, haben wir hier entsprechend natürlich auch ein Hotend, das entsprechend leicht ist und natürlich Direct Drive getrieben ist. Wenn hier die ersten Sachen mal dann zum Erscheinung kommen, können wir das vielleicht nochmal in den News wieder aufnehmen. Die Firma Elego hat ihren Mars 4 Max jetzt auf den Markt gebracht. Free Orders in einigen Ländern ist bereits gestartet. Die EU-Länder folgen hier am 16. Mai. Das bedeutet, wir müssen uns da noch etwas gedulden, wer auf Resin-Druck steht und gerade diesen Drucker. Wer den Elego Mars 4 Max noch nicht kennt, das ist ein 9,1 Zoll Display-Drucker. Das bedeutet, er hat 9,1 Zoll auf dem Beleuchtungsbildschirm, aber im Gegensatz zu anderen Herstellern mit einem 6K-Display unten drunter. Das bedeutet, ihr habt sehr hohe Auflösungen. Dank des großen Displays hat er auch ein sehr großes Druckvolumen. Ihr könnt dort immerhin mit 195 x 122 x 150 mm rechnen. Das ist natürlich immer was Tolles, gerade bei Resin-Druck, weil dort spielt ja die Größe der Fläche wenig eine Rolle, eher die Höhe. Das bedeutet also im Klartext, ihr könnt mehr zugleich drucken und das in der gleichen Zeit. Das sollen die News heute dann erstmal wieder gewesen sein. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. 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 Vielen Dank.